Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's We World Meet Me We are in your head to know Wir sind hier in Welt 4 mit dem Donkey Kong Amiibo Yoshi Denn da ist ja hier so ein bisschen eine Waldwelt Und deshalb dachte ich mir mal, der Donkey Kong wird dazu ganz gut passen Und wie ihr seht, wir haben im nächsten Video bei dir wiedersehen den Zusammenschnitt dieser Welt Ich bin froh darüber, dass wir bei 4.8 bei Ordris Castle, also Ordris Schlosser, diese große Piranha Pflanze Dass wir im Let's Play schon da die 20 Sterne geholt hatten, äh die 20 Herzen Weil ich glaube, das hätte mir sonst ein bisschen Angst gemacht Weil beim Glückwunnen habe ich schon lange dran gesessen gehabt Obwohl gar nicht wirklich so lange, aber ich hatte da glaube ich Angst gehabt Weil ich glaube, der Boss habe ich noch am meisten, da habe ich mich noch am meisten vor gefürchtet zu machen Aber mal gucken, wie der Endboss noch laufen wird Naja, wir sind jetzt hier mit Welt 4.2 dran Das ist diese Piranha Pflanze und sie heißt Orji Orjis Wache Oh, okay Ja, ohne Trägeranstecker natürlich Ja, dann wollen wir mal schauen, wie das wird Ne, ich bin, oh ja, ne, das steht ja nur Ne, ich bin, dass ihr wieder eingeschaltet habt Gut So Dann wollen wir mal Wollen wir mal, wollen wir mal, wollen wir mal Wird lustig Stimmt Wieder ohne Checkpoints Okay, hier ist schon mal Äh, nix Okay, dann Äh, gehen wir mal hier hin Hier ist für mich Wolle Oh, okay Okay, das, äh Okay Ein Scrolling Level mal wieder Und Oh ja, das wird lustig Die 100% hier zu kriegen Seht schon kommen Boah, alter, bitte was Boah, hier ist eine Blume gewesen Oh god ich muss hier hoch. Ja, ich muss hier hoch. Ich habe keine Ahnung. Da ist doch was eingeschlossen. Okay, da hat sich auch was eingeschlossen. Von mir aus. Ich darf mich so machen. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Ich brauche Wolle. Hier. Nein. Ja. Ja. Die darf ich nicht kriegen, die Pflanze. Ich weiß nicht, ob ich dann gleich komplett tot bin. So. Ja, die Pflanze kann ich vergessen. Das kann ich auch vergessen. Ich habe keine Wolle mehr. Das ist doof. Ähhhh. Oh, ich Gottes Willen. Okay, hier gab es gerade mal Wolle. Ich muss mich hier hoch schießen. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Ich haue die ganze Zeit die Shy Guy ist tot. Ist nicht so schlau, aber. Hallo, ich hätte den Shy Guy da. Na gut, dann halt nicht. Oh Gott. So. den nehmen wir mit. Oh, hier gibt es Wolle. Perfekt. So. Noch mehr Wolle. Wie soll ich nach oben hinkommen? Schwimmt so. Oh. Was ist mit Orde los? Oh. Och nö. Jetzt ist der ganze noch schneller. Ähhhh. Das ist doch jetzt schon so schnell. Ach Mann. Oh. Komm mal. Halt dich. Oh mein Gott. Der kommt immer näher. Oh mein Gott. Ja, von mir aus gut. Ähh. 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 Da oben ist noch eine Blume. So. Oh mein. Das war jetzt unfair. Das war jetzt richtig unfair gewesen. Oh, ich glaube wir waren schon so kurz vorm Ziel gewesen. Ah. Toll. Und nochmal alles von vorne. Hier ohne Checkpoints das Ganze. Hallöchen. Wow. Der hätte mich eigentlich schon fressen müssen, so nah wie ich an ihm dran war. Aber okay. So. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall die Wolle sparen. So gut es geht. So. Boah. Ich krieg den Blau nicht mehr. Schade. Ah. Da war noch die Blume gewesen. Oh. Noch gekriegt. Ah. Ich kann ihn auch zurückhalten. Jetzt ist er grad nicht da. Jetzt ist er wieder da. Ich muss weiter. So. Hier umhören noch das. Nein. Nicht essen. Ah. Nicht essen. Ja. Okay. Ist okay. Toll. Jetzt hab ich auch keine Wolle mehr. Da ist jetzt doof. Oh. Dann ist ja auch noch was. Näh. Toll. So. Nein. Ich müsste hier rein. Ach. Der hätte hätte mit den Koopaschill machen sollen. Äh. Gottes Willen. Was ist das hier für ein Level? Hehe. Ach ja. Aber schöne Idee. Ist eine coole Idee. Dass Orde nochmal hier so ein bisschen seine Rache hat. Ah. Gott. Na jetzt kannst du vergessen. Schade. Boah. Man fängt immer wieder bei Null an. Das ist echt fies. Immer dieses Null anfangen. Das heißt man muss das Level eigentlich auswendig lernen. Yo. Komm nicht so schnell. Ganz ruhig. Oh. Deh. Nein. Jetzt komm nochmal da hoch. Dankeschön. So. Nein. Geh mal weg hier. So. Ja. Toll. Aber der Scrolling-Effekt geht weiter. Wenn man den tötet. Schade. Beziehungsweise erstmal aufs Gefecht setzt. Oh. Da kommt er auch schon wieder. Nein. Ich will den Grün haben. Will den Grün haben. Ah. Ich hab die grüne Rolle nicht mehr bekommen. So. Okay. Und so. Wunderbar. Äh. 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 So. Okay. Ich hab den Blauner mitgenommen. Jetzt hab ich da die Blume vergessen. Nein. Jetzt hab ich die Blume vergessen. Und da ist auch schon wieder Ordrey. Hier oben noch die Wolle. So. Okay. Ja. Okay. Von mir aus. So. Ist hier noch. Ja. Hier ist auch noch was. So. 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 Und da oben jetzt noch die eine Blume drin. Boah. Wie soll man das denn? Ah. Okay. So geht das dann. Oh. Ja. Jetzt hab ich hier wieder nix für. Na. Toll. Oh ja. 100% wäre in dem Level lustig. Ich seh's schon kommen. Vor allem die Herzen. Ach ja. Komm. Beeil dich. Danke. Ach. Jetzt hab ich die Schwinde getötet. Ach. Die hab ich auch schon wieder getötet. Was ist das da? Ach. Blume. Na toll. Jetzt hab ich auch schon wieder getötet. Jetzt hab ich den Sticker vergessen. So. Äh. Äh. Kannst du nicht gleich die fiese Schnelle, wo es schneller wird? Ich meine ja. So. Genau. Und jetzt wird er nämlich schneller. Heißt. Wir beeilen uns. Wir beeilen uns. Wir beeilen uns. Da war ein Herz drin gewesen. Das ist ja sehr interessant. So. Oh. Nein. Ja. 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 Er kommt schneller. Nein. 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 Ja. Nein. 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 Oh. Dass man auch gleich instant tot ist. Oh. Mann. Das ist doof. Schneller. 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 Äh. Na ja. War es okay gewesen. Komm. Beweg dich. Dankeschön. Huuu. Oh. War das schon wieder knapp gewesen. So. Nein. Jetzt hab ich mir die Treffer hier ein bisschen kaputt gemacht. Beweg dich. Beweg dich. Beweg dich. Oh mein Gott. Sag ich wieder die Blume da vergessen? Nein. Ich könnte da gerne die Blume. Egal. Machen wir doch mal. Schönes Level. Ist doch toll das Level oder? Find ich auch. Aber warum kommt der mal so früh. Als ob ich ja nur drei Bällchen bekommen. Ah. Ist doch doof. So. Okay. Vor allem. Ich möchte auch gleich alles haben am Anfang. Das ist auch nicht. Oh. Jetzt hab ich einen da getötet. Na toll. Ach. Hier war die Blume. Genau. Vergess die immer wieder gerne. So. Okay. Wunderbar. Wunderbar. So. Hierhin. Ganz schnell. Na. Von mir aus macht er da weg. Oh. Da kommst du auch gar nicht so schnell ran. Ey. Ah. Jetzt krieg ich die Wolle da auch nicht. Das ist auch doof. Nein. 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 Äh. Hierhin. Ganz schnell. Bitte. So. Dann machen wir wieder da die Blume. Hier ist nochmal was. Hier sind Herzen drin. Okay. Mhm. Ja. Lustig werde ich das hier im letzten Fall mit 20 Herzen schaffen würde. Aber glaube ich nicht. Wir sind ja auch am Anfang des Levels. Das ist ja auch noch die Sache. So. So. Oh mein Gott. 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 Ach toll. Da. Oh. Ich hab das schon wieder nicht bekommen. Das rote Ding. Mann. Oh. Muss man auch schnell sein. So. Wow. Nice. Hab ich mich fressen lassen von der. Oh. Beeil dich. Beeil dich. Beeil dich. Dankeschön. Ich glaub ich hab noch was im Mund drin. Jetzt beeilen. 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 Herzen. Nehmen. Nehmen. Ach. Leck mich doch. Weiter zu. Vergessen. Macht nix. Okay. Blume hab ich. Das haben wir auch. Ich komm hier nicht durch. Hilfe. 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 Ich kann mich grad auf nichts konzentrieren. Okay. Das will ich noch haben. Jetzt. Nein. Ich hab das. Ich hab vergessen. Oh manno. Wollte. One war gut gewesen. Ach. Mann. Ah. Das ist auch fies. Da der letzte Move zum Schluss. Ah. Hallöchen. Wie geht's dir so? Hast du keinen schönen Tag gehabt? Sonst wär's nicht so aus der Rand und Band. Ach. Das hab ich so schwer getötet. So. Ja. Sicher. Toll. Das hab ich alles da genommen. Mhm. So. Okay. Hier war noch die Blume drin. Komm baldig. Danke. Okay. Äh. Schon wieder eingeschlossen. Na gut. Von mir aus. Kann man auch schnell sein. So. Jetzt möchte ich das schwarze Wollknoll noch haben. Vielen Dank. Das ist hier weg. Das hier so. Okay. So. 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 Wunderbar. Und wo? Haben wir hier noch was? gewesen? Bitte irgendwas. Ach ja. Hier waren die Herzen. Da blieb mir grad nix. So. Hohohoho. Hohoho. Ganz schnell. Gibt's nochmal Wolle. Nein. Mal dich. Bitte. Danke. Nein. Ja. Ja. Komm. Mal dich. Danke. Oh mein Gott. So. Okay. Den muss ich mitnehmen. Naja. Jetzt ist er droht. Ist er schon wieder weg? Macht ja nix. Ich glaube hier werde ich im 100% mehrmals durchlaufen müssen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Da werde ich glaube ich nicht alles auf einmal schaffen. Wäre zwar sehr schade. Aber naja. Muss dann leider sein. Ne. So. Ich gehe schon mal weiter. Hier war ein Herzen drin. Genau. So. Okay. Ich habe ein bisschen Vorsprung grad. Das ist ganz gut. Okay. Warte ich. So. Oh mein Gott. Wollte ich das haben? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich aber nichts mehr für die Blume. Mann. Oh mein Gott. Alter Vater. Das war es nochmal knapp. Hallo. Danke. Toll. Ausbeute. Geht eigentlich. Muss ich sagen. Jetzt haben die halt auch hier zugemacht. Ich wollte nochmal zurückspringen. Aber. Ah. Ist ja schade. Tja. Das war es mit dem Level. Schade. Aber mit zwei Blumen. Drei Stempel. Müsste aber machbar sein. Vielleicht sogar ein 1 in 1. Müsste ich mal schauen. Naja. Dann. Gehen wir mal durchs Ziel. Ganz elegant. Von ganz nach hinten. Guck mal. Ist der auch schon da im Hintergrund? Diese Wolke. Ist das eine Wolke? Ja. So eine Rankenwolke. Denke ich mal. So. Hui. 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 Da freut sich der kleine Yoshi. Bonus Spiel. Der kleine Donkey Kong. Yoshi hat gepasst dazu. Zu den Ranken. Ändert an dieses Donkey Kong 3 Level war das damals. Mit diesen Ranken oder? War Donkey Kong 3? Oh hat schon 1. Fast 3 oder 1. Ich weiß es nicht mehr. Hier ist Stickerbush und so. Kennt ihr doch. Stickerbush Symphonie. Ein richtig geiles Lied. Aber das feiere ich so hart ab. Ja. 20 Herzen hätten wir auch fast geschafft. Hätte ich da die 2 Herzen noch mitgenommen. Hätte ich auch fast 20 Herzen sogar geschafft. Boah. Wäre richtig geil gewesen. Aber es ist machbar mit den 20 Herzen. Das sieht nicht so schwer aus. Also jetzt noch ein kleines Bonusspiel. Juhu. So. Lalala. Ach ja. Ich kriege ja hier unendlich. Wollen wir ja gar nicht anstrengen. So. Mal irgendwie so. Okay. Da oben fehlt leider noch was. Okay. Habe ich bekommen. So. Ich glaube so ist das auch gedacht. Das Minispiel. Und ja. Ende. Na gut. Oh. 3400. Klar. Man sieht. Dadurch dass ich die ganze Zeit immer diese ganzen Trick. Äh. Trickanstecker benutze. Verliere ich doch ganz schön schnell die Edelsteine. Aber. Na gut. Noch. Ich habe mir das ausgerechnet. Sollte bis zum Ende in Reichen. Und wenn nicht. Muss ich halt Farben gehen. Aber. Die kriegt man ja eigentlich relativ schnell. So. Das war aber durchs Wache. Tja. Jetzt muss ich da nur noch 100% machen. Jo. Was machen wir jetzt noch? Wir haben jetzt unter 15 Minuten. Was können wir denn mal noch so schönes machen? Hier haben wir ja noch in der Mitte das. Äh. Dieses Wollknoll. Wofür wir 270. Äh. Sterne. Wolle ich schon so sagen. Sonnenblumen brauchen. Und dann gibt es hier noch ein finales Level. Da bin ich auch noch sehr gespannt drauf. Weil finale Levels sind ja immer so. Das schwerste vom Spiel. Und ja. Schauen wir mal. Wie das da noch wird. Ich glaube wir können aber in den Museums-Pavillon reinschauen. Was da immer was schönes gibt. Ähm. Kuschelt mir immer noch 20 Gegner fehlen. Das ist irgendwie komisch. Vor allem den habe ich doch schon mal gesehen. Warum ist er nicht freigeschaltet. Das ist irgendwie komisch. Das ist irgendwie was für die Gegner machen. Weil ich habe die schon alle gesehen. Hier ist der Fisch und den habe ich auch schon gesehen. Birdie ist neu. Na ja. Also irgendwas. Vielleicht muss man eine bestimmte Anzahl an töten oder so. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Müsste ich mich mal genau erkundigen. Na ja. Genau wie wir mit diesen Strickmustern hier. Na ja. Kuschelt. 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 Er weint. Ah. Mega Baby Bowser. Uh. Ah. Schon ein bisschen Furchteinflößender. Und hier ist der Shy Guy. Hiermit hat alles angefangen. Oh. Setz dich mal hin. Gönn dir eine Pause. Solange wie du die ganze Zeit hier von links nach rechts rennst. Und mehr anderes nicht machst. Äh. Ist doch glaube ich anstrengend. So den ganzen Tag. Nur von links nach rechts rennen. Hmhm. Und dann von Yoshi ist noch aufgemampft zu werden. Irgendwo hingeschossen werden. Was passiert dann mit der Wolle? Hm. Tja. Boah. Ich denke mal ich habe das Video noch ein bisschen die Länge gezogen. Ähm. Ja. Dann würde ich mal vorschlagen. Was ist das hier von diesem Part? Von Let's Play Yoshi's Woolly World. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit dem Zusammenschnitt von Welt 4. Den ich ja auch noch zum Teil machen muss. Das letzte Level. Aber ich denke mal dafür sollte kein Problem werden. Und ja. Dann bleiben nur noch zwei Welten übrig. Inklusive deren Speziallevels. Ich glaube da bin Sterne hatten wir schon gemacht. Ne genau. Dann können wir das schon wieder überspringen. Aber das hier hatten wir noch nicht gemacht bei 6. Oder hatten wir schon eins lang gemacht? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm. Ja. Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei mit dem Zusammenschnitt. Auch wenn der diesmal ein bisschen kürzer ausfallen wird. Auf jeden Fall. Also derzeit ist so glaube ich der Stand bei 6 Minuten. Aber. Der Zusammenschnitt haben doch trotzdem ein paar Aufrufe. Das freut mich. Nicht dass die einfach nur überschwungen werden. Ähm. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video mit dem Zusammenschnitt wieder. Und wenn nicht meine Stimme hört ihr dann beim übernächsten Video wieder. Übernächsten. Beim. Alla. Beim übernächsten. Was heißt denn? Nächsten? Übernächsten? Übernächsten Video. Doch. Übernächsten Video von Yoshi wieder. Ja. Welt 5. Oder? Ha. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ihr werdet mich wiederhören. Vor allem auch bei anderen Let's Play Projekten. Ähm. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder mit. Yoshi's Wuli Knolli Wuli Knolli World. Und äh. Bis dahin. Saigischau. Welnyashi. Tendo.